Wird sehr cool sein. Welches ist das? Siehst du? 33! Der ist cool. Was Lukas sagt, wenn wir auf den Ringdampf machen. Fiss! Mal gucken, was in der Ringdampf passiert. Hat er auch geile Ton, ne? Ja. Oh! Es geht um die andere Tür. Tschüss! Tschüss! Übergang zur Isra! Ja! 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 Reinigendorfer Straße Die Beobachtung Schwarzkopfstraße 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Fiebergang zu 1 und 3 Guck mal, das ist Lett in der Mitte, siehst du, das ist der Lett in der Mitte. Du hast gesehen, dass der Lett in der Mitte gekoppelt ist, ne? Welcher? Welcher? 2894. Hat der Lett? Achso, wusste ich gar nicht. Was wir jetzt in der Mitte gesehen haben, das war der Lett. Das hat auch Lett, 2894. Bestimmt ist Lukas auch hier. 50. Da drüben, da drüben. Da drüben? Ja. Okay, dann gehen wir da. Mal gucken, was er von uns. O6, da halten wir eben auf. Einsteigen bitte. Zurück bleiben bitte. Zurück bleiben bitte. Z.